So, und da bin ich auch schon bei der letzten Kiste, bevor wir runtergehen zur Steuereinheit. Eispfeil, yeah. Ich weiß nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, weil wir ja so wenig Pfeile haben. Aber ich denke, wir werden es rausfinden. Deswegen gehen wir jetzt direkt zur... Die leuchtet so komisch. Da habe ich mir ein bisschen Angst. Das Wasser leuchtet auch so komisch. Will ich wissen, was jetzt dann kommt? Ich glaube, ich will es noch nicht wissen. Ich habe Angst. Deswegen werden wir jetzt gleich mal kurz noch was essen, was zu spät ist, und ich stehe dann da. Oh, oh. Da kommt was Brusthaftes auf uns zu. Oder was Gutes. Ein großer Wächter. Oh. Schöner Arm. Schönes Auge. Ganons Wasserflug. Peiniger des Titanen Varuta. Er hat kein Bein mehr. Sei vorsichtig. Ganon hat dieses Monster geschickt. Vor 100 Jahren hat es mich... Aber du... Du kannst es schaffen. Ich weiß, du wirst siegen. Nein. 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 Und da sind wir auch schon. Oha. Da muss man ausweichen, wie mir scheint. Aber wie habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Es muss der richtige Moment sein. Und wir werden das auf jeden Fall meistern. Ich weiß es. Ich muss nur ihn direkt... Man könnte ihm auch direkt einen Pfeil ins Auge geben. Aber ich habe einfach zu wenig... Eigentlich bin ich ausgewichen, aber hey. Man sieht halt gar nichts. Wenn man ihn anvisiert, siehst du überhaupt nichts. Das ist also nicht die beste Methode. Um keinen Schaden zu nehmen. Ich bin eigentlich... Okay, jetzt hat er auf jeden Fall die Attacke nach vorne gemacht. Die habe ich jetzt nicht erkannt. Deswegen bin ich falsch ausgewichen. Y-Angriff! Das ist genau das, wovon ich geredet habe. Man muss nur richtig ausweichen und dann kann man sie ordentlich geben. Jetzt haben wir schon die zweite... Ähm... Dings... Die zweite Phase erreicht. Das ging relativ fix. Also ihr müsst nur im richtigen Moment ausweichen und dann angreifen. Ich habe sogar... Ähm... Nicht mal gut angegriffen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt wird es Zeit, dass wir... Okay. Das ist immer schwierig. Man muss denen ausweichen. Mit einer richtigen Waffe könnte ich natürlich auch, ähm, ordentlich attackieren, aber... Ich habe leider keine mehr. Deswegen immer schön ausweichen. Der wusste sein Auge nicht. Ich sage euch eins, der Gegner, der nimmt mir sämtliche... Möglichkeiten, Ruhe zu bewahren. Wisst ihr was? Ich hole jetzt das Stasis-Modul, weil sonst flippe ich nämlich aus. Wisst ihr, er schwimmt dann auch immer gerade. Das ist das Schlimmste. Das kotzt mich am meisten an. Okay, ich muss jetzt mal kurz ein bisschen weiter weg. Mir ist ja zu nah dran. Das Beste ist immer... Pssst. Soll ich dazu noch irgendwas sagen, Leute? Ich sage am besten gar nichts mehr. Jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Jetzt sehe ich genau sein Auge nicht. Yay. Jetzt genau auf sein Auge zielen. Eigentlich habe ich sein Auge erwischt. Aber hey. Ist ja auch nicht schlimm. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er bei mir schwieriger ist. Ich habe mir nämlich jetzt schon einige Lösungen angeguckt. Von Leuten. Und ich sage euch eins, der ist bei mir viel schwieriger als bei allen anderen. Ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde oder nicht. Ich treffe einfach sein Auge nicht. Jetzt habe ich sein Auge wieder getroffen. Eigentlich. Halt sie doch auf. Was hat sie denn? Jetzt haben wir drei. Wieso treffe ich sein Auge nicht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum ich sein Kack-Auge nicht treffe. Ich muss mal zu ihm gehen. Vielleicht habe ich es dann leicht. Aber das Problem ist, wenn ich in seine Nähe gehe. Natürlich verschwindet er jetzt. Leute, ich sage euch eins. Das ist ein Graus. Das war jetzt auch ein Fehler. Nein, ich konnte nicht zur Seite ausweichen. Ich habe es vermasselt. Ich habe noch genug zu essen. Das ist ja schon mal gut. Ich hoffe, die anderen sind nicht so blöd. Weil den... Ich weiß nicht, ob ich mich da einfach nur blöd anstelle. Warte kurz. Heute ist echt ein schlechter Tag. Immer wenn ich dann irgendwas Wichtiges zu tun habe, dann fange ich es Niesen an. Oh wow. Wow. Schön. Triff mich. Genau. Wir sind auf jeden Fall schon ziemlich nah am Ende. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Das kann nicht sein Ernst sein. Vielleicht kannst du die Eisblöcke zerstören. Was sie nicht sagt, die gute. Ja. Das hat sich ja gelohnt. Das ist ja auch wieder mal typisch ich. Ich kann ihn von hier aus auch gar nicht anvisieren. Ernsthaft. Ist es ihr ernst? Habt ihr das gesehen? Das Spiel will mich wirklich... Das Spiel will mich verarschen. Das Spiel will mich absolut verarschen. Es kann gar nicht anders sein. Ich laufe natürlich direkt rein. So funktioniert es. So läuft das Ganze. Ich liebe dieses Spiel. Wir essen mal kurz was. Jetzt ist die erste Runde so gut gelaufen. Und jetzt... Ich könnte natürlich noch warten. Ich hätte warten müssen. Oh nein, hilf mir halt. Verdammt. Anstatt, dass sie die ganze Zeit Ohnein sagt, könnte sie mir auch mal helfen. Erwisch sein Auge nicht. Das ist wirklich eine Katastrophe für mich. Ich werde verrückt. Ich werde so verrückt. Wieso erwische ich sein Auge nicht? Komm schon. Schwimm, Link. Schwimm. Die Eisblöcke interessieren mich gerade nicht. Ich will ihn erst stören. Komm schon. Komm schon. Nein. Nein. Verdammt. Nein. Es wäre ein Angriff noch gewesen. Was soll die Scheiße? Mein Bogen ist zerstört. Und ich habe ihn gekillt. Verdammt. Ich habe es endlich geschafft. Es tut mir leid, dass ich mich so blöd angestellt habe. Manchmal ging es nicht anders. Es tut mir wirklich leid. Aber wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Und ich bin so froh, dass wir ihn los sind. Ich bin so unendlich glücklich gerade. Ich kann es keine Menschen sagen. Wir haben den ersten Titan befreit. Und wir kriegen einen Container. Und wir kriegen einen Container. Jawohl. Einen wundervollen, schönen Herz-Container. Ich habe mich schon gewundert, ob wir mal einen kriegen, wenn wir einen Gegner besiegen. Wir haben es geschafft. Und damit kriegen wir auch einen. Und damit hat sich meine Frage und mein Gedanke auch bewahrheitet. Und damit kriegen wir ein neues Herz. Und wir haben mittlerweile jetzt sieben. Ist ja grundsätzlich mal nicht schlecht. Wir haben den ersten besiegt. Beim nächsten Mal stelle ich mich wesentlich besser an. Ich verspreche es euch. Warte mal, was steht da? Kannst du diesen Titan nicht mehr betreten? Aktivieren. Wir haben alle Kisten geholt. Das passt alles. Wir müssen ihn nicht mehr betreten. Danke, Link. Du hast meine Seele befreit. Und Ruta zurückerobert. Aber... Unsere Unbeschwertheit von damals. Diese Zeit ist vorbei. Hm. Ich habe keinen Körper mehr. Das heißt, meine Heilkraft ist nutzlos geworden. Ich brauche sie nicht mehr. Aber... Dir könnte sie hilfreich sein. Meine Gabe. Mifas Gebet. Okidoki. Okidoki. Diese ganze Zeit hatte ich mich meinem Elend hingegeben. Als ruhelose Seele war ich hier eingeschlossen und dachte, ich müsste alle Ewigkeit ganz einsam hier verbringen. Aber dann kamst du und hast mich gerettet. Ich bin froh, dass ich dich noch einmal sehe. Und von nun an wird meine Kraft dich auf deinem Weg begleiten. Deshalb kann ich jetzt endlich Frieden finden. Ich sollte mich aufmachen. Ruta und ich müssen unsere letzte Pflicht erfüllen. Wir müssen dich beschützen, wenn du in Schloss Hyrule gegen Ganon antrittst. Diesmal werden wir es schaffen. Link. Bitte hilf mir. Bitte. Rette die Prinzessin. Prinzessin. Oh Mann. Das ist voll traurig. Ich dachte, man könnte sie noch irgendwie retten oder so. Aber wenigstens haben wir ihr den Frieden wieder beschert. Das ist doch schon mal ein bisschen was. Aber ich finde es wirklich schade, dass sie tot ist. Finde ich wirklich sehr, sehr traurig. Ich dachte, sie ist irgendwie gefangen genommen worden und man müsste ihre Seele von dem Bösen befreien. Aber war indirekt auch so. Aber sie lebt leider nicht mehr. Hey, da ist ein Schrein unten. Den habe ich noch nicht entdeckt. Den hole ich mir gleich. Gut zu wissen. Und das ist ein Schrein. Okay, krass. Du musst ihm helfen, wenn er in Schloss Hyrule gegen die Verheerung Ganon kämpft. Greife Ganon an und nimm ihm seine Kraft. Schwäche ihn, so sehr du kannst. Das ist alles. Mehr können wir nicht mehr für Link tun. Das wird unser letzter Auftritt. Wenn Ganon versiegelt wird, hat er Frieden zurück nach Hyrule. Das war's dann für uns beide. Dann haben wir unsere Pflicht erfüllt. Ob es meinem Vater wohl gut geht? Ich war eine sehr gute Tochter. Ich hab ihm immer Sorgen bereitet. Ich wünschte... Ich hätte ihn noch einmal sehen können. Oh Mann. Das ist voll traurig. Das ist zu traurig für mich. Wieso werden alle Spiele immer trauriger? Das ist voll traurig. Dass sie immer trauriger werden. Mifas Gebet enthält die heilende Macht Mifas. Gehen dir die Herzen aus, wirst du automatisch mit allen Herzen wiederbelebt. Sogar über das Maximum hinaus. Nicht schlecht. Ich wollte eigentlich gar nicht pfeifen. Jetzt werden wir noch einmal mit den Herrschaften reden. Tut mir leid, Mifas. Mir tut's wirklich sehr leid. Hallo. Ich kauf mir gleich mal wieder meine Pfeile. Damit ich endlich wieder welche habe. Oh. Ich hab kein Geld mehr. Verdammt. Dann verkaufe ich mal kurz was. Ja. Ich will verkaufen. Oh. Leuchtsteine. Ah, die müsste ich aufgeben, glaube ich. Aber Opal. Das können... Opal können wir verkaufen. Und zwar... Einverstanden. Und dann gebe ich ihm noch Bärenstein. Das brauche ich auch nicht. Okay. Ich glaube, das reicht für den Anfang. Stand soll's brauche ich jetzt gerade nicht. Ich hole mir nur die Pfeile noch. Die noch. Wir haben ja jetzt festgestellt, wie wichtig Pfeile sind. Deswegen... Habe ich mir die jetzt einfach mal mitgenommen. Wir müssen nach oben gehen. Dann gehen wir mal nach oben. Zum König und erzählen ihm, wie topf er seine Tochter war. Das war jetzt ein Umweg. Aber hey, wenigstens sind wir nicht gestorben. Das ist ja schon mal was. Eigentlich müsste doch das Wetter jetzt besser... Achso, das Wetter ist ja schön. Stimmt, das war ja am Anfang gleich so. Oh, Link, es ist gut, dich gesund und munter wiederzusehen. Wir haben ungeduldig auf dich gewartet. Der Regen hat aufgehört, als wäre er nur ein böser Traum gewesen. Somit ist unser Dorf nicht länger in Gefahr. Und auch der Rest von Hyrule ist jetzt nicht mehr von einer Überflutung bedroht. Weil du den Wassertitanen besänftigt hast, ist das Dorf der Zoras gerettet. Du hast mehr vollbracht, als wir zu hoffen gewagt hatten. Im Namen unseres Volkes möchten wir dir danken. Link, ich bereue, dass ich so hart zu dir war. Mipha war dir alles andere als egal. Das ist mir jetzt klar geworden. Im Namen des ganzen Senats sollte ich mich bei dir bedanken. Wir haben euch, Juliana, zu Unrecht verurteilt. Ich hoffe, du kannst uns verzeihen. Link, erlaube uns dir zum Dank eine Belohnung zu überreichen. Bitte nimm den Inhalt dieser Schatztruhe an dich. Darin befindet sich ein Andenken an Mipha, ein Gegenstand, der ihr lieb und teuer war. Als ein Zeichen unserer Freundschaft möchten wir, dass du ihn von nun an verwendest. Halte ihn in Ehren. Übrigens, Link, wo ist denn das heilige Bandschwert? Als du dein Gedächtnis verloren hast, hast du da auch das Bandschwert verloren? Sieht so aus. Du hast es einfach verloren. Du warst der einzige der Recken, der dieses Schwert führen konnte. Wir sind uns sicher, es wartet irgendwo in Hyrule darauf, dass dein Weg dich zu ihm führt. Link, im Namen aller Soras danken wir dir für das, was du hier verrichtet hast. Und du, Sidon, als dein Vater sind wir von großem Stolz erfüllt, dass du an Linksseite mit dem Titanen gerungen hast. Du hast dich zu einem guten Zora entwickelt. Eines Tages wirst du ein würdiger Nachfolger für uns werden. Vater, der Dauerregen hatte ein Ende und der Titan ist zurückgekehrt. Es gibt einiges zu feiern. Link, das war spitze. Ich danke dir vielmals. Du hast unser Dorf vor der Auslöschung bewahrt. Dankbarer könnte ich dir gar nicht sein. Du bist wirklich einsame Spitze. Yay. Gut, dass niemand gesehen hat, wie schlecht ich mich angestellt habe beim Kampf. Okay, reden wir nochmal mit ihm. Link, wir sind hier genau. Mhm, mhm, mhm. Du bist aus Varuta zurückgekehrt, Mipha jedoch nicht. Ist das wie wir fürchten? War es schon zu spät? Ich sah ihren Geist. Ihren Geist? Das heißt, Mipha ist... Hat sie etwas gesagt? Oh, Mipha. Und wir konnten nichts tun. Doch letztendlich hat Mipha ihre Pflicht als Recke erfüllt. Als ihr Vater ist es unsere Aufgabe, über sie zu wachen. Link, sie hat dich wirklich geliebt. Dir erneut zur Seite stehen zu können, erfüllt sie sicherlich mit Freude. Bitte versprich uns, dass du Mipha niemals vergisst. Sie ist immer bei mir. Wir danken dir für deine Worte. Sie bedeuten uns viel. Wenn du jemals in Schwierigkeiten sein solltest, dann wende dich an uns, Link. Unser ganzes Volk wird dich jederzeit mit offenen Armen empfangen. Wir danken dir, Link, von ganzem Herzen. Dann gucken wir mal, was in der Kiste ist, würde ich mal sagen, oder? Lichtschuppenlanze! Und damit haben wir die Lichtschuppenlanze und können mit dem Rüstungshändler-Typi reden. Das ist ja schon mal gut, das machen wir jetzt auch gleich mal. Wir wollen ja nichts verpassen. Ich glaube, der Rüstungstypi, war der noch weiter unten? Hm, guten Morgen. Link, wie steht es mit dem roten Läunen? Hier, bitteschön. Oh, fantastisch. Lass mich schnell einen Blick drauf werfen. Jo. Ähm, was für ein seltsamer Schrei. Bitte verzeih mir, es geht mir schon wieder gut. Gut, das ist also ein Läune, ein furchteinflößende Bestie. Wenn sie das sehen, werden sie sich auch die Dümmsten hoffentlich aus dem Kopf schlagen, das Donnerhorn zu besteigen. Ich danke dir, ich werde den jungen Leuten im Dorf dieses Bild zeigen. Oh, richtig, deine Belohnung. Und wir haben einen Beinschutz bekommen. Yay! Östliche Stausee, ein Gemeinschaftsprojekt. Nachdem er vollendet war, begann man, als Zeichen der Freundschaft, diese Art Beinschutz für Hylianer anzufertigen. Leider kamen mit der Zeit immer weniger Hylianer zu uns, deshalb musste der Rüstungsladen meines Vaters schließen. Dieser Beinschutz war das letzte, was noch in unserem Laden verblieben war. Damit kann ein Hylianer schwimmen wie ein Sora. Bevor er in unserem Lager weiter Staub fängt, gebe ich ihn lieber dir. Dir als Hylianer wird er sicher hilfreich sein. Das freut mich. Wir müssen nämlich kurz noch, ähm, ganz kurz, ähm, nein, ich möchte die Karte kurz angucken. Ich muss nämlich, wo ist denn das Donnerhorn hier gewesen? Lese ich da irgendwas? Toi, Toi, Gipfel, Kap der Prüfungen hier. Ich muss hier noch eine Markierung hinsetzen. Wir müssen dann noch gegen das Viechi kämpfen. Gegen diesen Läunen. Läune. Läuen, Läune, egal. Gegen den Läune und, ähm, ihn besiegen. Jetzt ziehen wir aber erstmal unsere coole Sache an. Dass alles zusammenpasst. Oh, das sieht echt genial aus. Ich bin stolz auf uns. Hey, die schwimmen hier. Ist mit dir da? Fleischschnecke. Fennstein. Und ein Holzpeil. Schön, dass Ruta sich beruhigt hat. Sehe ich auch so. Oh, du bist es, Link. Tut mir leid. Ich habe nur mit mir selbst geredet. Gibt's Probleme? Und ja, meine Frau Dedur ist verschollen. Und das schon seit einer ganzen Weile. Genauer gesagt war es kurz nachdem Varuta durchgedreht ist. Sie ist Fische fangen gegangen, wie immer. Selbst jetzt, wo Ruta sich wieder beruhigt hat, ist sie immer noch nicht zurück. Ich male mir schon das Schlimmste aus. Ich hätte sie nicht gehen lassen dürfen. Ich suche sie. Link, du hast nicht nur unser Dorf gerettet, sondern willst jetzt auch noch meine Dedur suchen? Du bist wirklich ein wahrer Decke. Wenn du sie findest, werde ich dir unendlich dankbar sein. Davon getrieben. Wir werden sie suchen. Hm. Wie viele Leute gibt's denn noch? Ich habe dich falsch eingeschätzt. Der Titan war Ruta. Du meinst also, er kann auch ohne Mipha noch etwas zum Kampf gegen Ganon beitragen? Ach so. Entschuldige die späte Vorstellung. Mein Name ist Giato. Ich bin ein Historiker, der die Geschichte der Zoras erforscht und an zukünftige Generationen weitergeben möchte. König Dorefan soll diesen Gedenkstein selbst beschrieben haben, aber jetzt ist er stark verwittert. Die zehn Gedenksteine außerhalb des Dorfes dürfen sich in einem vergleichbaren Zustand befinden. Deshalb möchte ich den Inhalt dieser Gedenksteine sammeln und in einem Buch zusammenfassen. Aber meine müden Flossen werden kaum zulassen, dass ich alle zehn Gedenksteine aussuche. Das würde ewig dauern. Jetzt muss ich die suchen. Mach ich gern. Ist ja nicht so, als hätte ich das eigentlich schon gemacht. Zum Teil, aber hey. Lesen wir gleich mal den. Wir bräuchten eben noch den Zorahelm. Gedenksteine. Noch fehlende Gedenksteine. Sieben. Okay. Dann zählen die schon, die ich gefunden hatte. Schon wieder. Ach, Leute. Juliana! Du hast es tatsächlich geschafft, Ruta zu besänftigen. Das ist unglaublich. Ich frage mich, ob du auch das hier schaffst. Besiege den Hinox vom Rallysteich. Ja, gern. Gut, dann probiere es mal aus. Äh. Ich muss unendlich viel Sachen wieder machen. Das wird so spaßig. Wieder ein Quest. Lulala, glanzvoll Licht, eine Prüfung erhält. Oh, der Juliana, der Prinz Sidon geholfen hat. Toll! Gegen den Prinzen stinkst du natürlich ab, aber du bist schon ganz ordentlich. Wenn du willst, kannst du mit mir reden. Willst du reden? Singst du da? Ich liebe singen. Auch das Lied vom Reckenfest habe ich mir gemerkt. Soll ich dir das Lied vom Reckenfest mal vorsingen? Ja, bitte. Ja. Gut, es geht los. Das Lied des Reckenfests ist mit Sicherheit wieder irgendeine Aufgabe. Irgendwie muss ich ja auch den Helm noch bekommen. Hallo. Somit kann Mifas Seele nun endlich ihren Frieden finden. Übrigens, wenn du ein Recke bist, dann müssen auch Lichtschuppenlanze und Zeremonielanze etwas für dich sein. Sollte dir eine davon kaputt gehen, kann ich eine neue für dich anfertigen. Ah, okay. Die Zeremonielanze, die können wir uns wahrscheinlich erst später holen. Jetzt muss ich mir mal kurz die Quests durchgucken. Vom Himmel, die Lichtschuppe fällt, zu den Füßen von Sela aufgestellt. Glanzvolles Licht, eine Prüfung erhält. Wir müssen mit Molden reden, wo Molden auch immer ist. Das sind alles Quests, die noch hier sind. Die werde ich jetzt hier auch noch schnell machen, wenn wir schon mal hier sind. Das ist ja nicht so verkehrt. Wie ich sehe, müssen wir da rüber. Deswegen gehen wir da auch gleich mal rüber. Oha. Was ist denn hier? Zora-Schild. Werde ich mir holen. Jetzt bin ich in der vollen Zora-Montur. Zora-Montur. Licht-Schuppe landet Zora-Schwert und Zora-Schild. Sieht cool aus. Jetzt fehlt mir bloß noch der Zora-Helm. Was hat er denn? Na, so war's. Du bist also wirklich derselbe Link wie vor 100 Jahren. Diesmal hast du vortreifliche Arbeit geleistet. Mifas zähl ist in uns allen. Nun denn, so langsam sollte ich mir wieder Gedanken darum machen, wie ich die Zeremonie-Lanze wiederfinde. Zeremonie-Lanze? Die sogenannte Zeremonie-Lanze ist die Lichtschuppen-Lanze, die wir beim Reckenfest zu ihren Mifas verwenden. Ich wollte die Zeremonie-Lanze von Dento reparieren lassen, aber sie ist mir von der Brücke gefallen. Was nicht echt war, ist... Da sie nicht echt war, ist es eigentlich nicht so schlimm. Ich werde Dento bitten, eine neue für uns anzufertigen. Aha. Ich könnte also hier tatsächlich eine Lanze finden. Leider ist mir... Ah, die ist aus Metall. Da stellt sich mir doch die Frage, ob ich denn von hier oben aus was sehen kann. Oder ob ich... Ich sehe sie. Easy going für mich. Ich will natürlich nicht runterfallen, das ist das Hauptproblem. Nein! Verdammt, das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt ersauf ich. Vermutlich. Ich dachte, ich kann schwimmen wie einer von den Suras. Verdammt. Sieht nicht so aus. Gott sei Dank. Wieso komme ich denn da nicht hin? Da muss ich hinkommen. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Muss ich denn echt mit dem Floß... ...da hinschwimmen dann? Das kann nicht sein. Darf ich jetzt mal da rüber auch... Das finde ich ein bisschen... Immer noch ein bisschen blöd. Das nervt mich immer noch. Das war grundsätzlich schon ein Problem. Das ist... Hm. Haben wir hier irgendwo ein Floß oder irgend sowas? Was gibt es denn hier so? Das sind Wasserfälle, da könnte ich dann hoch... Aber ich würde mir gerne die Lanze holen. Das gibt es nicht. Das kann nur bedeuten, dass ich sie noch nicht haben darf. Komisch. Komisch und blöd zugleich. Das ist wirklich schade. Irgendwie muss es gehen. Ich sehe sie ja hier unten. Aber ich komme da nicht hin. Vielleicht von der anderen Seite... Könnte ich theoretisch hinkommen, aber ich glaube, ich bin zu weit oben dann. Das ist echt verdächtig. Verdächtig. Von hier sehe ich sie gar nicht. Hm. Ich verstehe es nicht. Ich dachte mir vielleicht von hier aus... Aber von hier aus sehe ich sie nicht mal. Vielleicht von da hinten, aber da komme ich jetzt nicht hin. Gegen die Strömung schwimmen ist immer schlecht. Keine Chance. Keine Chance. Das ärgert mich. Wirklich. Das kann nicht ihr ernst sein. Dass ich da nicht hinkomme so. Vielleicht muss ich es auch erst verbessern. Das kann natürlich auch sein. Was sagt denn mein... Mein Tagebuch eigentlich dazu? Die beim Reckenfest... Wenn von der Brücke gefallen. Wenn du die Lanze findest... Scheint vielleicht eine Heldenprüfung. Oder salen dasselbe sugar und 3WER kinseng. Dasselbe Abflühe Californien.